Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs grillen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Grillt, grillte, hat gegrillt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich grille. Du grillst. Er grillt. Wir grillen. Ihr grillt. Sie grillen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich grillte. Du grilltest. Er grillte. Wir grillten. Ihr grilltet. Sie grillten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gegrillt. Du hast gegrillt. Er hat gegrillt. Wir haben gegrillt. Ihr habt gegrillt. Sie haben gegrillt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich grille. Du grillest. Er grille. Wir grillen. Wir grillen. Ihr grillet. Sie grillen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich grillte. Du grilltest. Er grillte. Wir grillten. Ihr grilltet. Sie grillten. Den Schluss macht der Imperativ. Grille du. Grillen wir. Grillt ihr. Grillen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbgrillen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.